Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bastelvideo. Heute basteln wir einen Bienenstock mit Bienen. Für die Waben brauchen wir erstmal eine Verpackung mit Wabenmuster und Holzstäbe. Aus der Verpackung zunächst erstmal Rechtecke ausschneiden und aus den Holzspießen den Rahmen ausschneiden und festkleben. Die Waben in gelber und orangener Farbe bemalen. Nun nehmen wir eine Pappschachtel und kürzen sie etwas ein und bemalen sie erstmal mit brauner Farbe. Dann nehmen wir Holzleisten und umkleben die Schachtel mit den Holzleisten. Auch die Holzleisten malen wir mit brauner Farbe an. Von unseren Waben nehmen wir zwei Stück und kleben sie in den Bienenstock. Eine weitere Wabe nehmen wir und kleben sie so ein, dass sie noch ein kleines Stück hinaus guckt. Für die Bienen brauchen wir Büroklammern, eine tropfenförmige Perle und zwei unterschiedlich große Perlen, wobei wir die Büroklammern auseinander schneiden. Diese werden dann die Beine und die Fühler der Biene. An die tropfenförmige Perle die größere Perle kleben und als Kopf die kleinste Perle ankleben. Dann nehmen wir die Büroklammern und kleben sie als Fühler und Beine fest. Die Biene im Rotzustand und nun grundieren wir sie mal mit brauner Acrylfarbe. Anschließend verschönern wir sie noch mit gelber und schwarzer Acrylfarbe und kleben noch Flügel fest. Jetzt können die fleißigen Bienchen gleich loslegen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss bis bald. Eure Steffi Tschüss bis bald. Koll하죠. Eure Steffi mar